Die Zunahme von Hochspannungsleitungen und neue Anforderungen zur Minimierung ihrer visuellen Präsenz haben zu einer Verbreitung von gemischten Leitungen mit unterirdischen Kabelabschnitten geführt. Diese Netztopologie stellt eine Herausforderung in Bezug auf Schutz und Steuerung dar, da es notwendig ist, die Fehler den unterschiedlichen Abschnitten zuzuordnen, um die Verfügbarkeit und Stabilität des Netzes zu sichern. Herkömmliche Lösungen erfordern ein spezifisches Engineering für jeden Einzelfall, sowie die Installation zahlreicher Komponenten und eine aufwendige Wartung an abgelegenen Standorten. Die von Atetscher entwickelte Lösung für den Schutz von gemischten Freileitungen-Erdleitungen, das CFD-Fehlererkennungssystem, ist die einzige hochpräzise Standardlösung auf dem Markt, die Fehler mit 100%iger Zuverlässigkeit erfasst. CFD reduziert die Anzahl der erforderlichen Komponenten an der Übergangsstelle und ersetzt sie durch vollständig passive Elemente, die einfach zu installieren und wartungsfrei sind. Das System ist so konzipiert, dass er sich an alle gemischten Netztopologien anpasst und die Anzahl der benötigten Geräte stets optimiert. Die Merging Unit, die im Umspannwerk installiert ist, führt den Differenzialalgorithmus der Messpunkte durch und erzeugt ein Wiedereinschaltsperrsignal für jedes am Markt erhältliche Schutzsystem. Sie erzeugt ebenfalls Abtastwerte für moderne Schutzrelais. Mit mehr als 70 installierten Systemen in über 10 Ländern ist das CFD-System von Ateche zum Schutz von gemischten Freileitungen, Erdleitungen weltweit führend in der Fehlererkennung bei Mischleitungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017